Die Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend und willkommen zum Nachrichtenüberblick an diesem Samstag, die vom Sport hat Rudi Zerne. Hallo, schönen guten Abend. Der Kanzler nennt es eine sehr ernste Angelegenheit. Abgehört. Russland soll ein Gespräch von Bundeswehroffizieren über Taurus Marschflugkörper mitgeschnitten haben. Unterstützung aus der Luft. Die USA werfen Hilfsgüter über Gaza ab. Und Medaillenregen im Zweierbock der Frauen. WM Gold, Silber und Bronze gehen nach Deutschland. Vor drei Stunden hat das Verteidigungsministerium bestätigt, ein Gespräch bei der Luftwaffe ist abgehört worden. Gestern Abend hatte Russland einen Mitschnitt veröffentlicht, in dem hohe deutsche Offiziere intern und recht offen online diskutieren, wie deutsche Taurus Marschflugkörper in der Ukraine eingesetzt werden könnten. Jetzt stellen sich viele Fragen, zum Beispiel wie Russland an den Mitschnitt kam. Nicole Diekmann. Hochrangige Luftwaffenoffiziere im vertraulichen Gespräch. Rund 40 Minuten, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, aber dort gelandet. Ausgerechnet über Russlands Startsender RT. So hoch schlagen die Wellen heute, dass der Kanzler sich nach einer Privataudienz beim Papst von Rom aus äußert. Das, was dort berichtet wird, ist eine sehr ernste Angelegenheit und deshalb wird das jetzt sehr sorgfältig, sehr intensiv und sehr zügig aufgeklärt. Das ist auch notwendig. Das Verteidigungsministerium bestätigt den Vorfall und hat eine Untersuchung eingeleitet. Spioniert Russland systematisch. In Berlin große Besorgnis um Deutschlands Cybersicherheit. Ja, das ist ein maximal ernstzunehmender Vorgang und wir müssen jetzt schnellstmöglich klären, ob es sich um einen Einzelfall handelt oder um ein strukturelles Sicherheitsproblem in der Kommunikation der Bundesregierung. Die Debatte um Taurus Marschflugkörper für die Ukraine nimmt weiter an Fahrt auf. Scholz sagt nein, denn man müsse deutsche Soldaten mitschicken. So rigoros jedoch sehen die Militärs das im geleakten Gespräch nicht. Die FDP erhöht den Druck auf den Kanzler. Das ist sicherlich eine Lernkurve, die es bei ihm diese Woche gab und ich hoffe, dass man die Konsequenzen daraus im Kanzleramt auch zieht. Und gleich schärfer die CDU. Die Bundesregierung muss ihre eigene Zeitenwende in der Kommunikationstechnik leisten, denn das wird sicherlich nur die Spitze des Eisbergs sein. Und außerdem muss geklärt werden, warum der Bundeskanzler mit Falschbehauptungen in die Öffentlichkeit geht, wo er sagt, dass deutsche Bundeswehrbeteiligung vor Ort nötig sei. Berlin am Tag nach dem Leak. Die Sorge ist riesig und das Ausmaß noch nicht mal absehbar. Holen wir unsere Korrespondenten aus Moskau und Berlin dazu. Zuerst Diana Zimmermann. Warum ist diese Veröffentlichung so heikel? Naja, die Russen haben ihre Hand gelegt auf ein Gespräch hoher deutscher Offiziere. Das ist natürlich eine massive Sicherheitslücke und wirft die Frage auf, was wissen die wohl sonst noch alles. Außerdem ist es ein, der Kanzler hat Aufklärung versprochen. Er sagt, die Situation sei sehr ernst. Man könnte allerdings auch sagen, sie ist potenziell gefährlich und in jedem Falle sehr peinlich. Und der Luftwaffen-Infektor Gerhards, der an dem Gespräch beteiligt war, steht jetzt massiv unter Druck. Eventuell verliert er seinen Job. Das wäre ein massiver Verlust für das Verteidigungsministerium. Der Bundeskanzler will der Ukraine keine Taurus liefern, weil er fürchtet, Deutschland könne dadurch indirekt in den Krieg einbezogen werden. Widersprechen dem die Offiziere? Die Opposition sagt ja. Das stimmt auf den ersten Blick, denn die Offiziere kommen in diesem sehr langen Gespräch zu dem Schluss, dass es möglich sei, Ukrainer an diesen Marschflugkörpern auszubilden. Allerdings wird im Laufe dieses sehr langen Gesprächs, in dem die vier Männer auf relativ abenteuerliche Ideen kommen, wie sie diese Marschflugkörper doch heimlich durch Deutsche programmieren lassen könnten, klar, dass sie das für die technisch eindeutig überlegene Variante halten, einfach weil sie davon ausgehen, dass die Ukraine nicht die nötigen Missionsplanungsdaten hat. Das scheint den Kanzler zu bestätigen, ebenso wie die dort getroffene Aussage, der Taurus sei nicht kriegsentscheidend. Allerdings sagen die vier Männer auch, es fehle der politische Wille beim Kanzler, die Ukraine mit dieser Waffe zu unterstützen. Dankeschön, Diana. Gehen wir weiter zu Armin Körper. Welches Interesse verfolgt Moskau mit dieser Veröffentlichung? Ich denke, das sind zwei Interessen. Zunächst einmal versucht der Kreml, Druck auf Bundeskanzler Scholz auszuüben, bei seinem Nein zum Taurus zu bleiben. Denn wenn der jetzt seine Meinung ändert und doch liefert, nachdem die Offiziere sich hinter seinem Rücken oder ohne sein Wissen darüber ausgetauscht haben, dann sähe das aus russischer Sicht sehr, sehr schwach aus. Das andere ist der Zeitpunkt. Veröffentlicht wurde der Mitschnitt von Margarita Simonian, Chefredakteurin von Russia Today und Chefpropagandistin Wladimir Putins. Die tut das natürlich nicht, wann sie das will, sodass ihr gerade einfällt, sondern wann es ihr gesagt wird. Und so wird eine Botschaft lanciert, genau zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl. Darin heißt es, die Deutschen würden drohen, Soldaten in die Ukraine zu schicken. Die würden dann helfen, Waffen zu bedienen, die die Krimbrücke treffen könnten und sogar Moskau. Damit wird die kollektive Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg heraufbeschworen. Und wer kann das Volk denn davor schützen? So die Botschaft natürlich nur einer, Wladimir Putin. Vielen Dank für diese Informationen aus Berlin und Moskau. Armin Körper und Diana Zimmermann waren das. Einen Tag nach der Beisetzung des Kreml-Kritikers Nawalny strömen immer noch Menschen zum Friedhof. Um persönlich Abschied zu nehmen. Bei den Trauerfeiern gestern soll es in 20 Städten mindestens 128 Festnahmen gegeben haben. Unter den Trauernden, die heute Blumen am Grab niederlegten, waren erneut die Mutter und Schwiegermutter Nawalny's. Augenzeugen beschrieben die Situation als ruhig. Die Polizei ließ die Trauergäste offenbar ungehindert durch. Das Schicksal der Menschen im Gazastreifen wühlt auf. Auch die EU fordert jetzt eine international unabhängige Untersuchung über den Zwischenfall an einem Hilfskonvoi gestern. Dabei waren mehr als 100 Menschen getötet worden. Die US-Regierung begann heute, aus der Luft Hilfsgüter über Gaza abzuwerfen. Das ist allerdings schwierig, wenn Menschen auf so engem Raum zusammengepfercht sind und infolge des Krieges jegliche Ordnung zusammengebrochen ist. MRT Wissen. Das sind wohl die ersten Bilder. US-Flugzeuge auf dem Weg. Hilfe aus der Luft taten, die den Worten des amerikanischen Präsidenten folgen. Wir werden gemeinsam mit unseren Freunden Hilfspakete abwerfen, mit Lebensmitteln und anderen Dingen. Beim Treffen mit der italienischen Premierministerin Meloni am Freitag merkte man Bidens Ärger über die schrecklichen Ereignisse bei der Lieferung von Hilfsgütern per Lkw. Mehr als 100 Menschen wurden dabei getötet, viele verletzt. Die USA prüfen nun mit allem verfügbaren Videomaterial, inwieweit israelische Soldaten, weil sie das Feuer eröffneten, mitverantwortlich sind. Unschuldige Menschen versuchen in diesem Krieg nur ihre Familien zu ernähren und sie haben gesehen, was passiert. Wir müssen mehr tun und wir werden mehr tun. Jordanien, Frankreich, die arabischen Emirate werfen bereits Pakete ab, aber die Hilfe erreicht oft nicht die, die sie am nötigsten brauchen. Israels Vorgehen verärgert die US-Regierung, denn wegen der neuesten Vorfälle könnte ein gerade ausgehandelter Waffenstillstand mit Geiselfreilassung noch scheitern. Wir sind noch nicht am Ziel, wir kommen dahin, aber vielleicht nicht jetzt. Die Hilfslieferungen kommen in Gang und Washington hofft, dass Israel und die Hamas dem Waffenstillstands-Deal zustimmen. Fragen wir nochmal nach bei MRT-Wissen in Washington. Aus den USA kommen Meldungen, dass Israel einer Waffenruhe zugestimmt habe, wenn die Geiseln freikommen. Was können Sie uns darüber sagen? Ja, ein hochrangiger Regierungsmitarbeiter hat hier in Washington offenbar mehreren US-Medien bestätigt, dass man sich auf die Rahmenbedingungen für diesen Deal geeinigt hat und dass Israel auch im Grundsatz zugestimmt hat. Es geht um eine Feuerpause von sechs Wochen, die möglicherweise dann auch in einen längeren Waffenstillstand übergehen könnte. Voraussetzung dafür ist, dass die Hamas eben zustimmt. Vor allen Dingen eine Liste mit allen noch lebenden Geiseln weitergibt an Israel und dann eben auch diese Geiseln freilässt. Auch die weiteren Rahmenbedingungen sind offenbar besprochen. Da geht es um die Frage, wie viele Palästinenser dann aus Gefängnissen in Israel freigelassen werden. Es soll an diesem Sonntag eine weitere Verhandlungsrunde geben in Kairo, in Ägypten, aber ohne Beteiligung Israels, weil jetzt eben die Hamas am Zuge sei. Und am Montag trifft sich die amerikanische Vizepräsidentin Harris hier im Weißen Haus in Washington mit Benny Gantz, einem Mitglied des Kriegskabinetts aus Israel, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Dankeschön, nach Washington. M.A.T. wissen. Seit Beginn des Gaza-Kriegs haben die Huthi wiederholt Handelsschiffe im Roten Meer angegriffen. Nun ist dort ein Frachter gesunken, nach einer Attacke vor rund zwei Wochen. Die schwer beschädigte Rubimar ging in der Nacht bei stürmischer See unter, meldet Jemens international anerkannte Regierung in Aden. An Bord laut US-Militär 41.000 Tonnen Düngemittel. Zuvor hatte sich bereits ein Ölteppich gebildet. Deutschland muss sein Gesundheitssystem besser auf Kriege vorbereiten, findet Gesundheitsminister Lauterbach. Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine brauche es auch in diesem Bereich eine Zeitenwende. Im Bündnisfall könne Deutschland zur Drehscheibe bei der Versorgung von Verwundeten auch aus anderen Ländern werden, sagte Lauterbach in der Neuen Ursnerbrücker Zeitung. Bei neun russischen Drohnenangriffen auf die Ukraine sind mindestens acht Menschen getötet worden. Sieben Todesopfer gab es allein in Odessa im Süden des Landes, darunter auch ein dreijähriges Kind. Eine Drohne hatte in der Nacht ein mehrstöckiges Haus getroffen und insgesamt 18 Wohnungen zerstört. Weitere russische Attacken gab es weiter östlich in Kherson und im nordukrainischen Kharkiv. Der Bundeskanzler ist in Rom, das haben wir gehört. Er hat dort erstmals den Papst getroffen zu einer 35-minütigen Privataudienz. Außerdem sprach Scholz beim Treffen der europäischen Sozialdemokraten. Die kürten ihren Spitzenkandidaten für die Europawahl am 8. Juni. Einziger Kandidat war Nikola Schmidt, der Luxemburger Kommissar für Arbeit und Soziales. Isabel Schäfers stellt den 70-Jährigen vor. So viel Aufmerksamkeit hat dieser Mann europaweit bisher selten bekommen. Nikola Schmidt wurde heute zum Spitzenkandidaten der europäischen Sozialdemokraten gekürt. Gegenkandidaten hatte er nicht. Das ist sein Programm. Ich werde nicht aufgeben, wenn es um die Chancen für unsere Kinder und Jugendlichen geht. Ich werde nicht aufgeben, wenn es um die Bekämpfung der Armut geht. Und ich werde nicht aufgeben, unseren Planeten zu schützen. Der Luxemburger ist derzeit EU-Kommissar für Arbeit und Soziales. Und damit tritt der 70-Jährige nun gegen seine sehr viel bekanntere Chefin an. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Denn sie wird voraussichtlich Spitzenkandidatin der konservativen Europäischen Volkspartei. Ursula von der Leyen hat über Deutschland hinaus vorher auch keiner gekannt. Das ist nun mal so in Europa, dass die Menschen nicht überall sofort bekannt sind. Aber wir wollen ja jetzt nicht die bekannteste Person wählen, sondern die beste. Die europäischen Sozialdemokraten stehen in Umfragen derzeit auf Platz zwei, mit großem Abstand hinter den Konservativen. Im Aufwind sind in einigen Ländern auch EU-kritische und rechtspopulistische Parteien. Deshalb ist hier vor allem eine Sorge immer wieder zu hören. Was sie wollen, ist ein nationalistisches Europa. Was sie zu untergraben versuchen, ist, dass unsere Nationalstaaten nur in einem vereinten Europa stark sein können und werden. Drei Monate haben sie noch Zeit, um die europäischen Wähler von ihrem Wahlprogramm zu überzeugen und von ihrem Spitzenkandidaten. In mehreren Städten gab es heute wieder Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und für eine offene Gesellschaft. In Duisburg sind dafür laut Polizei 15.000 Menschen auf die Straße gegangen. Zu der Veranstaltung unter dem Motto, Duisburg ist echt bunt, hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund aufgerufen. Zahlreiche Vereine und Gruppen hatten sich angeschlossen. Auch in kleineren Städten wie Köthen in Sachsen-Anhalt haben Menschen für eine offene Gesellschaft protestiert. Für beschleunigte Asylverfahren soll das Bundesamt für Migration deutlich mehr Stellen bekommen. Konkret seien 1.160 Stellen zusätzlich geplant, kündigte Innenministerin Faeser in der Welt am Sonntag an. Ein Ministeriumssprecher sprach von Vollzeitstellen, die schnellstmöglich besetzt werden sollen. Denn derzeit verfügt das BAMF nach eigenen Angaben über rund 8.000 Stellen. Deutschlands hochspezialisierte Massentierhaltung steht seit Jahren in der Kritik. Forderungen nach mehr Tierwohl werden immer lauter. Doch tiergerechtere Ställe, mehr Auslauf und mehr Stroh kosten Geld. Die Bundesregierung will die Bauern dabei unterstützen. Zunächst die Schweinehalter. Das Förderprogramm läuft gerade an. Einzelheiten hat Scarletz Sternberg. Für Nutztierhalter soll es leichter werden. Wer auf bessere Haltung setzt wie Landwirt Martin Schulz, wird finanziell unterstützt. Mit Haltungsform 4 haben seine Schweine 1,5 Quadratmeter Platz pro Tier, Zugang zum Außengehege und Stroh zum Wühlen. Wir brauchen ungefähr doppelt so viel Arbeitszeit wie ein konventioneller Stall. Und diese Mehrkosten müssen halt ausgeglichen werden. Es gibt auch noch biologische Leistungen, die geringer ausfallen, weil die Tiere sich halt mehr bewegen können. Brauchen sie mehr Energie aus dem Futter, um ihren Tagesenergiebedarf zu decken. Mehr Futter, mehr Platz, mehr Strom. Die laufenden Mehrkosten sind für viele Landwirte ein Problem. Die Zahl der Schweinehalter von 2010 bis 2020 hat sich nahezu halbiert. Und gleichzeitig gab es eine dramatische Marktkonzentration. Dieses Programm gibt vor allem den kleinen, den Traditionsbetrieben eine Chance am Markt. Höhere Haltungsformen bekommen dieses Geld. Für den Umbau der Nutztierhaltung stellt die Regierung pro Jahr 250 Millionen Euro bereit. Laut Experten zu wenig. Rund 1,2 Milliarden würden pro Jahr benötigt. Ab 2030 sogar rund 2,4. Und ein weiterer Punkt wird kritisch gesehen. Die Förderung für die laufenden Mehrkosten. Sie ist auf sieben Jahre begrenzt. Das ist natürlich eine Herausforderung. Denn wer einen Stall bauen will, der nimmt Millionen Euro in die Hand. Meistens geliehen von der Bank als Kredit. Und der braucht die Investitionssicherheit. Eine Sicherheit, die die Regierung langfristig noch nicht bieten kann. Doch das Programm soll ein erster Schritt in eine tiergerechtere Zukunft sein. Sehen und Staunen, das verspricht ab heute eine Ausstellung im Frieder-Burda-Museum in Baden-Baden. Sie zeigt, wie Kunst es schafft, schon lange vor jeder künstlichen Intelligenz ihre Betrachter zu verblüffen, indem sie scheinbar Unmögliches sichtbar macht. Petra Otto hat sich's angeschaut. In der Kunst geht sowas. Ein Wolkenkratzer, 1.609 Meter, also genau eine Meile hoch. Diesen Turm wirklich zu bauen, lange und denkbar, aber heute theoretisch möglich. Um die Verschmelzung zwischen möglich und unmöglich geht es in der Ausstellung Impossible in Baden-Baden. Das Imaginäre, das Unerreichbare fesselt Kunstschaffende schon immer. MC Escher lässt Wasser gleichermaßen bergab und bergauf fließen. Und in diesem computeranimierten Werk sind Escher-Elemente unverkennbar. Bei Escher ist es eine menschliche Architektur, also es ist was Gebautes sozusagen. Während hier dieser Flusslauf mehr wie so ein natürliches Phänomen auftaucht, als wäre die Unmöglichkeit so ein natürlicher Bestandteil der Welt. Ich liebe Paradoxien und das ist natürlich die perfekte Ausstellung, um sich dem mal so richtig hinzugeben. Der Fantasie freien Lauf lassen, mit der Macht der Magie spielen. Noch vor 60 Jahren war diese Fotomontage der Fallinslehre revolutionär. Wir haben natürlich ganz andere technische Möglichkeiten. Wir arbeiten mit neuen Medien und im Bereich der künstlichen Intelligenz ist es ja so, dass mit ähnlichen manipulativen Mitteln gearbeitet wird wie in der Kunst. Die Kunst wendet sich aber an, um etwas Gutes zu tun, um die Realität zu hinterfragen. Ein surrealer Raum aus Plastikabfall. Die Arbeit des Künstlers Daniel Knorr fordert auf, selbst Teil der Ausstellung zu werden und das Denken auf den Kopf zu stellen. Noch eine Korrektur. Ich sagte vorhin aus Versehen, dass der Zwischenfall bei einem Hilfskonvoi im Gazastreifen gestern gewesen sei. Er war natürlich vorgestern. Ich bitte das zu entschuldigen. Je oller, desto doller. Das trifft auf wenige Menschen so zu wie auf die schillernde Iris Apfel, US-Mode-Ikone und Designerin. Sich selbst bezeichnete sie gern als greises Modesternchen. Gestern starb sie im Alter von 102 Jahren. Bekannt war Apfel für ihre extravaganten Outfits und riesigen runden Brillen. Ihren Durchbruch in der Modesszene hatte sie erst mit über 80. Zuvor arbeitete die gebürtige New Yorkerin als Innenausstatterin und beriet gemeinsam mit ihrem Mann neun Präsidenten bei der Einrichtung des Weißen Hauses. Ein Zitat noch von Iris Apfel. Sie sagt, ich denke nie an mein Alter, es ist nur eine Nummer. Jetzt kommst du, Rudi. Mit dem Sport. Gold, Silber und Bronze für die deutschen Frauen im Zweierbob bei der WM in Winterberg. Lisa Buckwitz und Vanessa Mark holen den Titel vor Laura Nolte mit Deborah Levy und den Titelverteidigerinnen Kim Kalicki und Leonie Fiebig. Im vierten und letzten Lauf wurden die führenden Lisa Buckwitz und Vanessa Mark von ihren deutschen Konkurrentinnen durch jeweilige Bahnrekordfahrten unter zusätzlichen Druck gesetzt. Doch Buckwitz zeigte sich davon ungerührt und war im Ziel 0,05 Sekunden schneller als Laura Nolte. Kim Kalicki machte auf Platz 3 den deutschen Medaillenregen komplett. Im Herren-Vierer-Bob hat sich nach zwei von vier Läufen Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich an die Spitze gesetzt. Verfolgt von zwei weiteren deutschen Bobs mit Johannes Lochner und Adam Amour. Deutscher Doppelerfolg beim Weltcup in Segulda. Im Doppelsitzer der Frauen siegten Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal vor Diana Eilsberger und Saskia Schirmer. Bei den Herren landeten die sechsmaligen Olympiasieger Tobias Wendel und Tobias Aalt beim Saisonfinale auf dem zweiten Platz und verpassten so den Weltcup-Gesamtsieg. Unterstrahlte nächste Biathlet Benedikt Doll hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Einen Tag nach dem enttäuschenden 74. Rang erreichte er beim Massenstartrennen am Holmenkollen den zweiten Platz. Platz drei für die deutschen Skispringer beim Teamwettbewerb in Lachti. Die DSV-Adler um Andreas Wellinger, Pius Paschke, Stefan Laie und Philipp Reimund fliegen im zweiten klassischen Mannschaftsspringen der Saison zum zweiten Mal auf Rang drei. Den Sieg feiern die Norweger vor Österreich. 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Hier sind die Nachmittagsergebnisse. Borussia Dortmund sammelt wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze und siegt bei Union Berlin mit 2 zu 0. RB Leipzig mit klarem Sieg beim VfL Bochum 4 zu 1. Eintracht Frankfurt stoppt den Abwärtstrend nach zuletzt sechs Spielen ohne Sieg 2 zu 1 in Heidenheim. Mainz-Gladbach 1 zu 1. Darmstadt erlebt ein Debakel 0 zu 6 gegen Augsburg. Gestern spielten Freiburg, Bayern München 2 zu 2. Höhepunkte des Abendspiels Wolfsburg gegen VfB Stuttgart heute im aktuellen Sportstudio. Leverkusen mit sieben Punkten Vorsprung vor den Bayern kann sich aber noch verbessern, ebenso wie Stuttgart. Dortmund bleibt vierter, Leipzig auf Tuchfühlung. Die zweite Hälfte beginnt mit Augsburg. Wolfsburg auf Platz 13 ist punktgleich mit den Verfolgern Union Berlin und VfL Bochum. Auf den direkten Abstiegsplätzen weiterhin Mainz und Darmstadt. Alles zum Spieltag im aktuellen Sportstudio von 22.30 Uhr an in der Mediathek und um 23.00 Uhr im TV. Zu Gast Schwimm-Weltmeisterin Angelina Köhler. Max Verstappen gewinnt das erste Formel-1-Rennen des Jahres beim Grand Prix in Bahrain, feiert der dreimalige Weltmeister einen souveränen Start-Zielsieg vor Red Bull-Teamkollege Sergio Perez und Carlos Sainz im Ferrari. Traumstadt also für den Titelverteidiger. Viel Wintersport, morgen wieder ab 10.15 Uhr, das wollte ich nur sagen. Dankeschön, Rudi. Für die meisten gibt es morgen viel Sonnenschein, mehr dazu gleich von Östen Terli. Das ist heute Journal um viertel vor elf mit Marietta Slomka. Das gesamte Heute-Team wünscht Ihnen ein schönes Wochenende. Bis morgen, auf Wiedersehen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Ganz schön warme Luft wird herangeführt vor dem Tief, was sich hier nähert. Sie sehen es da, es kommt von Westen her Richtung Alpen erreicht uns nicht. Aber hier im Alpenraum gibt es ordentlich Regen und Schnee mit der Feuchtigkeit und der Wärme geht es da zur Sache. Bei uns gibt es dann viel Sonnenschein. Schauen wir erst in die Nacht. Im Westen gibt es dichte Wolken und etwas Regen, sonst bildet sich Nebel oder Hochnebel. Und die Temperaturen sinken dabei auf 0 Grad im Südosten und 8 Grad ganz im Westen Deutschlands. Ja und morgen dann viel Sonnenschein von Bayern bis Richtung Niederrhein, ansonsten im Osten aber deutlich dichter. Hier kann es auch Hochnebel geben, da kann es ein paar Tropfen geben, aber insgesamt bleibt es trocken. Temperaturen dazu maximal 18 Grad im Südosten. Das kann hier tatsächlich sogar mehr werden mit Föhnunterstützung. 18 im Rhein-Main-Gebiet, 17 Grad am Niederrhein, aber selbst im Osten hier noch 14 Grad. Die nächsten Tage am Montag etwas Regen dabei, noch relativ freundlich bei 8 bis 15 Grad. Ab Dienstag wird es aber dann deutlich durchwachsener mit Regen und ein wenig kühler. Schönen Abend.